Dies ist das OptiMate 7 Select, unser 10 Ampere Ladegerät, ein Spitzenmodell, das jede 12 Volt Batterie lädt, die Sie haben. Gerade lädt es eine Standard-Bleisäure-Batterie bei 14,4 Volt, aber es bietet drei Betriebsarten. Wenn Sie den Modus wechseln möchten, um eine Tiefzyklus-Batterie wie Optima oder Odyssey aufzuladen, nehmen Sie die Klemmen ab und drücken Sie diese Taste, um eine Spannung von 14,7 Volt auszuwählen. Nachdem die Auswahl erfolgt ist, ändern sich die Leuchtanzeigen. Verbinden Sie das Ladegerät mit der Plus- und der Minus-Klemme. Es macht alles automatisch von selbst. Es handelt sich um ein AmpMatic-Ladegerät, was bedeutet, dass es vom größten bis zum kleinsten Akku alles lädt, eine übermäßige oder zu geringe Ladung ist ausgeschlossen. Es hat auch eine Temperaturregelung, sodass unabhängig von der Umgebungstemperatur die Batterie die beste Ladung erhält, um diese Temperatur zu nutzen. Die dritte Betriebsart ist der Stromversorgungsmodus für professionelle Händler oder Rennfahrer. Man hält die Taste drei Sekunden lang gedrückt, die beiden Spannungsleuchten und die Anzeige ganz rechts in der Ecke leuchten grün. Nun sorgt es für einen konstanten Strom von 13,6 Volt bei 8 Ampere. Wofür dient diese Funktion? Um Ihr Motorsteuergerät neu zu flashen, um eine Fahrzeugdiagnose durchzuführen, wenn das Fahrzeug stundenlang angeschlossen ist und Sie verhindern wollen, dass Ihre Batterie entladen wird. Es kann auch genutzt werden, um jede Batterie schnell aufzuladen. Es sorgt dabei für einen konstanten Strom. Vergessen Sie nicht, nach erfolgter Diagnose oder wenn Sie die Stromversorgung abschalten möchten, wieder zur Ladefunktion zu wechseln. Halten Sie dazu die Taste gedrückt, auch wenn das Gerät nicht angeschlossen ist und schalten Sie wieder in den Lademodus um. OptiMate 7 Select leistungsstarke Batterieladegeräte. Mehr dazu erfahren Sie auf unserem YouTube-Kanal oder auf unseren Websites. Bis zum nächsten Mal.